Fühl Dich nie unter Druck oder gedrängt, gesund zu werden. Niemand möchte krank sein. Niemand hat Angst zu heilen. Vielen ist gesagt worden, dass sie Angst haben, gesund zu werden. Aber die Wahrheit ist, niemand hat Angst, gesund zu werden. Wenn Du krank bist mit irgendwas, kann sich das anfühlen, als dauere das schon ewig. Selbst wenn es erst eine Woche ist, ein Monat oder ein Jahr. Ja, und jeder würde nichts anderes wollen, als schnell zu heilen und das hinter sich zu haben. Und Du wirst dahin kommen. Aber lass Dich nicht drängen, dass das jetzt, in dieser Minute oder heute noch sein muss. Dein Körper mag Dinge reparieren, derer Du Dir im Moment nicht voll bewusst bist. Aber Heilung findet statt. Nimm einen Tag nach dem anderen, eine Stunde nach der anderen. Und Deine Zeit wird kommen und Du wirst es hinter Dir lassen. Und Du wirst es hinter dir lassen. Vielen Dank.